und damit auch willkommen zur season nummer 1 von project hardlife zurück und aufnahmen session nummer drei nummer vier keine ahnung folge ich glaube 13 und dabei der hallo wir produzieren viel zu viel im fokus auf habe ich das gefühl aber später keinen zeitdruck und dann kann die community aktiv noch später dazukommen wie hässlich das hier alles aussieht wir waren nämlich gerade noch eine runde pvp zocken und jetzt weiß ich was du bei dem sound vorhin gemacht hast ja waren halt spornprotektiv geht so weit da hat mein handy wohl in der aufnahme geklingelt baumfahren bitte alles nach pflanzen habe ich gar nicht gehört manchen die mal ja und ich tritt den bot echt in die fresse ich hab keinen bot mehr ganz ehrlich das ist lächerlich mann warum geht kein autoplay mehr bei diesem abgefuckt nur in so einem bot nitrado ihr aber wir haben du erst einen vereinzieren müssen man kommt nicht raus aus dem zahlen die aber auch in den stellen wenn ich jetzt nur es sei ich auch schon ich habe gut mir leid kommt überall aus über meine leidning kommt ich gehe mir in meine hülle und schütteln schütteln die so hat sich hier verschwinde der Gehrechte verschwinde dann geht es weg für den Esel da ist ein Esel was hey warum spawnen hier am helllichten Tag Creeper und so da ist ein Esel hä? Arschloch ja immer ist hardcore so machen wir mal eben ein bisschen Loot weg achso das war lustig bei 3 Dias ne? 3 Dias hast du gesagt dann würde ich sagen auch ich hab jetzt fast einen Stack die Lehmtruhe die geht einem voll auf die Eier was? wenn ich aber gerade wieder in die Höhe hole toll und ich geh jetzt ich geh natürlich falsch ich Idiot ey so eine scheiße aber jetzt hier 2 Gänge gibt und ich nehm grundsätzlich immer den falschen damit warum 구 achso wo ich gebüttelt hab wie lange der Gang hier mittlerweile schliss wo ich gebuddelt hab so alle haben wir schon wieder ein Sitzen heute ich bin scheiß jährlich wer ich habe ich habe ich habe dieses Wochenende ich bin der Gegend am Arsch und abgesoffener Adi gestern und heute Jahr unter der Woche ich bin ein Führergeleiter er ja und das jeden Tag in meiner Freude liegt so bei jedem an meiner im Verlobten was du noch nie ich traue dass du es in dieser Zeit lässt warum hast du gesagt ich bin deine Freundin wir heiraten da und da wir sind immer so oft mit dem Mann zurückgeht wahrscheinlich rufen sich der Huster ins Telefon so weiss ich dass ich aufnehmen und bekannte normalen Schmerz auf den Kopf wird erwartet die vielleicht hier ist einfach nicht dran so wo bist du ich schicke dir gleich mal ne tpa ich mach mal gerade richtiges Farmwerkzeug hier damit wir richtig fett fahren können ich verballer erstmal hier dieses restliche Holz was ich hier nur über wir drei Spitzhacken immer mit aus Eis und die verbraten sind habe ich meistens so viel Prozent gefahren dass ich eh hoch muss von zwei Schrauben und hast du immer heute wieder runter so ja so 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 da muss man mal und ch halt ist Ups Teleport ist ne? Erstmal geceptet Accept Alter, hau mich Alter, ja klar Achso, jetzt farmst du ja meinen Gang weiter oder was? Machst du du? Ach cool, da brauch ich kein Schwein Was? Farmen Hallo Bleu Wir brauchen endlich Materialien Das hat keinen Sinn was wir hier machen Mit einem Gang Abstand zu buddeln Wir haben nur eine Wand Wir haben nur einen Block zwischen uns Sei mal so freundlich und gehen mal noch ein oder zwei nach rechts Warum? Und was findet der Adi wieder Diamanten? Einen? Aber wieder acht Stück Alter, voller Oh ja Mach ich Vergiss es Alles meine Bin schon Wir meint er keinen Looten kommen Was? Was? Ja, ich hab Abstand, genau Ich hör Lava Brumm 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 Da ist er Als Diamanten In Vanilla Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ich hab was viel wertvolleres gefunden Ach Kannst ein bisschen traden Hammer Ich hab was wertvolleres, äh selteneres gefunden Mit deutschen Wohnen Ja 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 Smaragd Pfff Dauber irgendwas Nope Ja genau Nix was mich interesting tue Ist mein Gang Ist mein Gang Na weiss man noch nicht Na weiss man noch nicht Hmm Hier ist ne ziemlich große Höhle Musik ist übrigens der jetzt spielt Das haben wir doch schonmal Jetzt funktionierts auf einmal, ne? Ein Bot erstmal in den Arsch trete, ey So So Ich hab jetzt grad die KST Beats Playlist drin Ja aber auch kein Mensch In Vanilla Ja auch in Vanilla aber auch kein Mensch Und damit kannst du alle färben Und damit kannst du alle färben Lappeslazuli Auch nett Was? Den Vanilla ist eigentlich nur dir mal richtig Woah geht eigentlich Je nachdem Und Redstone falls du damit groß was bauen willst Ja und ein paar andere Sachen kannst du damit auch schon machen Ja stimmt auch wieder Ja stimmt auch wieder Aber ist ja egal Außer meine entzündeten Augen In der Späte Eisen Arschlo Verpisst dich So Das ist Emeralds Junge Das war mein Eisen Ich war hier zuerst Wenn du einmal bei mir Kohlebattlen kommst Was stecht dich ab Unter dem Eisen Ich hab kein Ich Ich hab auf jeden Fall keine Kohleprobleme Ich hab glaub ich schon 20 oder 25 Stacks Fang jetzt an die in Kohleblöcke zu verarbeiten Stacken Dann kann ich sie besser stacken Lass mal einen Block Zimmer Kohle Wo ist denn mein Gang? Komm Achtung Hier ist leider nichts mehr Hier war ich schon überall Hier Müssen wir mal einmal hier unten drunter durchgraben Würde ich sagen Boah Das wärs jetzt beinah gewesen Warte Ja wir buddeln uns einmal unten unter unserer Höhle durch Warte Warte Wie quatsch So und jetzt einer links einer rechts Warte Oh Vorsicht Rennt der mir voll da rein Ich bin's auf 10 So Der da und einer da Der da und einer da Der ist fast ein bisschen niedrig von dir Dann gehen wir gleich wieder hoch Wobei 11 ist auch sehr gut Von der Höhe Da ist noch einen runter Ne ne Das ist random Bis höher 6 können die ja spawnen Ich hab hier ein Redstone Eisen Ich hab hier ein Redstone Eisen Bei mir auch Ich muss da jetzt einmal gegen ankämpfen Ich brauche mich einfach über die Lava hinweg Dann passt das eigentlich Dann passt das eigentlich Ja Ja ich wollte jetzt den Berg reingraben Bist aber echt weit weggelaufen ne Naja 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 wobei so tief ne In unserem Berg machen wir ja eh wieder ganz viele Sachen auch Mh Müssen wir eh immer gucken dass wir von Äh zu unserem Berg Richtig geile Im Berg mit Treppe bauen Ich finde es halt einfach mal Bei Minecraft ist es halt so dass es jetzt Im Gegensatz zum Roto-Dokumenta finde ich Minecraft einfach schöner aufzunehmen Alles noch Alles noch Weil ich sage aber du bist eh schon am PC Du kannst auch nebenbei meine Runde Minecraft aufnehmen Weißt was ich meine Und beim RTC oder wenn du auf der allgemein wenn du auf der Konsole aufnimmst du musst erst wieder schauen dass die Konsole läuft und die ist das Ananas Ja klar Redstone nehme ich mal einmal und baue ich es noch ab Aber jetzt war es das auch Mehr brauche ich von dem Scheiß mehr zu tun Wir haben ja schon einige Stacks Boah so viel eklige Kohle ey Boah so viel eklige Kohle ey Ja Kohle Kohle sind immer viele ja Gibt's nicht Kann sein dass wir zwei drei Adern zusammengegangen sind Gibt's nicht das endet einfach nicht Diese Drecks Kohle Aber das ist unnormal Nice Boah 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 Das habe ich alles ausgehöhlt hier und bis hier und ne Boah 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 Dann treffe ich eigentlich immer auf Dirt Dirt, 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 ganz viel Dirt Ich steh hier so in meinem Loch wohl erstmal von hier aus den Dirt ab Ah Er hat nicht genug Kohle, dann weiß ich es auch nicht Ja, viel anderes was die zum Farmer nicht kriegen Eisen, Redstone Kohle Hört doch auf Auf einmal, ne Es ist so, ist ja kein fiete Biest Nein Lass mal fiete Biest installieren Jetzt spiel ich jetzt hier schön Vanilla weiter, Alter Löcheln wir den Server hier Das ist mir so Dass du nämlich nach 20 Minuten deine komische Zauberscheiße nahm Wird alles verloren hier Sehr geil, ey Ich bin Ich bin ganz nicht Zauberscheiße, ich war total krank Ähm, vor allem meine Spitzerke, ne Beste ever Warte dann Dieber übel Hatte Arte hier wieder Diamanten gefunden, oder was? Ich sage, Höhe 12 läuft, Alter Warum? Ich habe mich auf Höhe 12 hochgebuddelt, direkt Diamanten Du hast auch was davon OP, voll OP, ne Ja Im Ernsthaft? Dem Adi Dem Adi ist das Glück heute Holt Jetzt hast du es schon wieder in dem Gernsatz Da geht es einfach nur daran, dass ich geschossen habe Gibt es noch nicht Oh Oh Ich habe jetzt insgesamt schon Lass mich kurz ins Gucken Moment, ich baue gerade noch ab Wartezeit habe ich jetzt insgesamt schon wieder 14 habe ich jetzt im Inventar Also ich habe ich nur das Das ist mir gefallen Was? Pfff Ja, wenn du da oben noch gebaut hast und alles habe ich halt schon gefallen Guter Stalter, du hast natürlich dich Hallo 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 Wir produzieren viel zu viel im Voraus auf, habe ich das Gefühl Aber später keinen Zeitdruck Ja Und dann kann die Community aktiv noch später dazukommen Wie hässlich das hier alles aussieht Wir waren nämlich gerade noch eine Runde PvP zocken Und Jetzt weiß ich was du bei dem Sound vorhin gemacht hast Ja, war ein Halb Und damit auch Willkommen zur Season Nummer 1 von Project Hardlife zurück und Aufnahmesession Nummer 3, Nummer 4, keine Ahnung, Folge, ich glaube 13 und dabei der Arzt Normal Obst Genau Das habe ich voll in die Aufnahme geklingelt Genau Gut Lass um ja und ich tritt den Bot echt in die Fresse ich hab keinen Bock mehr wenn sie ehrlich bis jetzt nicht das ist lächerlich man unruhig ist es in Karin der Zeitpunkt warum geht kein Auto Pläne bei diesem abgefogten Huren zum Port die Trago ihr aber wir haben zuerst einen Fein zu vergessen man kommt nicht raus aus dem Zaun Abbau und Blähnstein also nicht jetzt ach warte mal was ah ich hab's schon doch ist ja gut nein tut mir leid du kommst überall raus das ist ja gut ich hab's schon ich hab's schon das ist ja gut